Die Augenringebehandlung ist nicht nur bei Frauen, sondern sehr häufig sogar bei Männern beliebt, auch teilweise beliebter wie bei Frauen, wenn man hier die Behandlung in einfachster Art durchführen kann, ohne dass man da einen Hinweis auf eine Behandlung sieht. Man sieht zwar an, wo wir die Unterspritzung durchführen, dass es eine leichte Schwellung ist, die geht dann nach der Massage weg und dann sieht man hier, denke ich, ein sehr, sehr schönes Ergebnis, auch im höheren Alter dafür gut geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020